Der Rhein heute. Eine der größten Wasserautobahnen der Welt. Mehr als 130 Millionen Tonnen werden hier jährlich durch die Gegend geschippert und für die ganze Welt verladen. Einer der wichtigsten Umschlagplätze, der Hafen von Rotterdam im Rheindelta. Über den Rhein werden die Rohstoffe auch an große Industriebetriebe geliefert. Stahlwerke, Erdölraffinerien und Chemiewerke. Rohstoffe wie Kohle, Erdöl, Eisenerz und auch Holz. Riesentransporte waren auf dem Rhein aber schon vor 250 Jahren unterwegs. Was war da los? Flüsse waren schon früher einer der wichtigsten Transportwege. Spannenderweise war es gerade der Bedarf an Holz, der aus dem Rhein schon früh einen international gefragten Güterweg machte. Warum? Besonders viel Holz gab es im Schwarzwald. Die waldreiche Region liegt nah am Oberrhein. Besonders viel Bedarf an Holz hatten die Niederlande, wo der Rhein in die Nordsee mündet. Und wo es viel weniger Waldflächen gab. Aber wie kamen die Tannen und Eichenstämme aus dem Schwarzwald zum Rhein und dann in die Niederlande? Dafür haben sich die Schwarzwälder einiges einfallen lassen. Zum Beispiel diese Rutschen, die Riesen, mit denen sie Stämme ins Tal schickten. Das war aber nicht alles. Ihre eindrucksvollste Erfindung waren Riesenflöße. Gebaut aus stabilen Stämmen, die mit Haselnusszweigen, die vorher durch Hitze biegsam gemacht worden sind, zusammengeschnürt wurden. Die Baumstämme, die später verkauft wurden, wurden also selbst als Transportmittel genutzt, denn Holz schwimmt. Bis zu 80 Meter lang waren die schmalen Flöße, mit denen die Flößer die Kinzig, einen kleinen Nebenfluss des Rheins, in Richtung Rhein hinabfuhren. Steuern war gefährlich. Immer wieder mussten sie Stromschnellen bewältigen und auf den glitschigen Stämmen die Balance halten. Am Rhein ging es dann flussabwärts Richtung Niederlande. Doch nach gut 320 Kilometern legten die Flößer am Mittelrhein noch einen wichtigen Zwischenstopp ein. Denn ab Namedi wurde der Fluss breiter und war sicherer zu befahren. Das nutzten sie aus. Viele kleinere Flöße wurden nun zu einem riesigen Fluss zusammengebunden. Mehr als 300 Meter lang und 60 Meter breit. So groß wie drei Fußballfelder. Diese riesen Flöße hießen Holländer Flöße und waren tausende Tonnen schwer. Es war schwierig und auch gefährlich, die Holländer Flöße durch enge Flusskurven zu lenken. Flößer haben oft zusätzlich Anker geworfen, um abzubremsen, um nicht die Ufer zu rammen. Aber warum fuhren sie nicht einfach mit vielen kleinen Flößen rein abwärts? Ein Grund, um Zoll zu sparen. Zwischen Mainz und der niederländischen Grenze gab es nämlich im 18. Jahrhundert mehr als 20 Zollstationen. Das sah dann praktisch so aus. Die Zöllner kamen mit dem Boot aufs Floß, fuhren eine Strecke mit unterwegs, wurde hart gefeilscht und dann wurde bezahlt. Mit anderen Wochen ließen die sich bestechen, die Zöllner. Und es war sehr viel günstiger und billiger, die einmal richtig zu bestechen, anstatt 20 Mal sozusagen. Und das erklärt, warum man auch diese riesigen Flöße gebaut hat. Diese riesigen Flöße waren schwimmende Dörfer. Mit Hütten und Küchen. Die Mannschaft war groß, oft 500 Personen. Und die mussten etwas essen. Fleisch zum Beispiel nimmt man lebend mit als Schlachtvieh, weil das für die Haltbarkeit das Beste war. Und jeden Tag wird mindestens ein Ochse geschlachtet. Das Kurioseste, 20.000 Liter Bier wurden für eine solche Floßfahrt angeschafft, weil jeder Floßknecht in der Regel Anspruch auf 5 Liter Bier pro Tag hatte. Jahrhundertelang war der Rhein also einer der wichtigsten Transportwege für Holz. Aber heute ist diese umweltfreundliche Transportweise schwer denkbar. Tausende Frachtschiffe sind rund um die Uhr jährlich im Einsatz, um den Rohstoffhunger der Industrie zu stillen. Bei dem Verkehr wären Floßfahrten ein echtes Himmelfahrtskommando. Akute Kollisionsgefahr. Außerdem fließt der Rhein heute schneller als damals. Warum, das seht ihr hier. Kennt ihr Flüsse, auf denen heute noch Flöße unterwegs sind? Dann schreibt es uns unten in die Kommentare und lasst uns auch gerne ein Abo da.